Der Chili Cheeseburger deines Lebens. Du denkst, der Extra Long von BK wäre übertrieben nice? Pssst, der meint das ernst? Na komm mal, Mett, ich zeig dir das mal. Wir brauchen zwei verschiedene Sorten frisch geriebenen Cheddar. Mit Jalapenos zu einer Masse verkneten, eine Kugelform und aus dieser Kugel ein Pattyform. Zuerst mehlieren, dann in Ei und dann in Paniermehl wenden. Den ganzen Prozess wiederholen wir einmal. Doppelt paniert hält besser. Natürlich werden unsere Burger Buns mit Butter in der Pfanne angerüstet. In einem kleinen Topf machen wir eine Mehlschwitze und fügen Schmelzkäse-Cheddar hinzu. Etwas Milch, immer wieder rühren, Milch, Chili-Pulver rein, bis die Konsistenz cremig ist. Frisches Rinderhack. Ab in die Pfanne, salzen und pfeffern. Eins, zwei, drei Scheiben Cheese, bisschen Wasser an die Seite, Deckel drauf, damit das alles auch schmilzt. Chili-Cheese-Patty in Öl ausbacken. Damn! Und so geht's.